Ist das schön, erstens, dass wir uns in dieser Formation alle noch sehen und zweitens natürlich auch, dass wir nicht haben müssen Angst haben, wie wir das Wetter. Also heute haben wir schon seit Tagen wirklich gewusst, jetzt wird es schön heute und wir können nachher einfach raus. Bevor ich der Armee und der Vivian und Simon das Wort gebe, darf ich euch noch bitte nicht blitzen, weil das reicht wirklich kalt an Sie ab mit der Zeit. Und was ich noch sagen wollte bitte, nachher sind wir alle wirklich den ganzen Abend draussen. Also wir gehen dann auch nicht hier rein spielen, sondern die Kinder spielen nachher raus.